Es ist wieder soweit. Die schönste Saison im Jahr findet statt und zwar die Quartalsergebnisse der großen Unternehmen. Wir schauen uns mal die Magnificent Four an, nämlich Netflix, Alphabet, Meta und Google. Für die einen ging es nach oben und die anderen wurden brutal abgestraft. War das berechtigt? Was wurden für Zahlen geliefert? Was bedeutet das für dich zum Handeln? Kannst du vielleicht günstig nachkaufen? Musst du vielleicht aus einer Aktie raus, weil Panik am Markt ausbricht? Das Ganze behandeln wir. Und wir fangen einfach mal mit Netflix an. Netflix hat schon mal richtig gut abgeliefert. Die haben gemeldet, jetzt haltet euch fest, 9,3 Mio Abonnenten. Das war recht ordentlich für ein ganzes Quartal. Und jetzt kommt's. Die Analysten haben erwartet 4,5 Mio. Also schon mal deutlich über dem, was die Analysten erwartet haben. Das war schon mal ein verdammt starkes Ergebnis von Netflix. Aktuell hat Netflix weltweit fast 270 Millionen Abonnenten. Das ist absoluter Rekord und da kommt kein einziger Streaming-Anbieter ran. Allein in 2023 über 37 Millionen Abonnenten. Und das ist wirklich spitze. Das Ganze wirkt sich natürlich auch hier beim Ergebnis aus. Wir haben beim Umsatz 9,38 Milliarden Dollar gehabt. Und im Vorjahresquartal waren es noch 8,16 Milliarden. Also hier auch wieder ein verdammt starkes Wachstum. Year over year, also zum Jahresvergleich 14,95 Prozent plus. Beim Gewinn pro Aktie, der für uns als Shareholder extrem wichtig ist, sind wir bei bemerkenswerten 5,28 Dollar im ersten Quartal, während es im Vorjahr bei 2,88 Dollar war. Wir sehen hier auch wieder eine hervorragende Aufwärtsentwicklung. Generell sehen wir das übrigens bei Netflix hier, wenn wir uns die Quartale anschauen, dass das hier seit 2017 stetig aufwärts geht. Und das ist das Schöne bei solchen Business-Modellen wie Netflix, wo regelmäßige Einnahmen durch Abos kommen. Da hat man nicht solche Entwicklungen wie bei Zyklikern, sondern schöne Aufwärtsentwicklungen, die planbar zum Unternehmenserfolg beitragen und natürlich zu gutem Erfolg in der Aktie. Für uns ebenfalls wichtig ist natürlich immer das Cashflow und da liegen wir bei 2,14 Milliarden im letzten Quartal und wir hatten im Vorjahresquartal 2,12. Netflix investiert weiterhin stark in seine Plattform und wir schauen uns mal an. Ich habe ja immer dieses Problem mit den Stock-Based Compensations. Das heißt, das fließt ja aus deinem Cash, den du ja als Aktionär da einkaufst, weg. Da schaut es eigentlich ganz gut aus. Da sind wir relativ flat. Das ist ja dieser blaue Balken. Da lagen wir im ersten Quartal bei 76 Millionen. Das ist im Verhältnis zu 2,14 Milliarden niedrig, wenn ich mir andere Tech-Unternehmen, die wir da noch behandeln, anschaue. Und im Vorjahresquartal lagen wir ja noch bei 99. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Die geht nach unten. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen nicht mehr so viel Kompensation, die du als Aktionär sozusagen zahlst. Und abgerechnet der Free Cashflow pro Share sind wir bei 4,77 Dollar. Da ist die Stock-Based Compensation rausgerechnet und das ist auch eine Steigerung zu 4,53 Dollar. Also an der Stelle auch eine hervorragende Entwicklung. Aktienrückkäufe haben wir auch. Das sehen wir hier. Seit Ende 2021, da waren wir so an der Spitze mit 455 Millionen. Und da sehen wir eine stetige Abwärtsentwicklung. Das heißt, das Unternehmen kauft Aktien zurück. Ist sehr wichtig, in solche Unternehmen zu investieren. Da hat man auf der einen Seite das Wachstum des Unternehmens und auf der anderen Seite die Kapitalallokation, dass das Unternehmen Aktien zurückkauft. Was mir immer sehr wichtig ist, ist das Return of Capital Employed. Da sind wir auch bei 6, also im Quartal 6,7 Prozent. Und auch zum Vorjahr, da waren wir bei 4,16 Kapitaleffizienter an der Stelle geworden. Und die Gross Margin, was kostet sozusagen die Herstellung des Produkts, da sind wir bei 47 Prozent. Ist eine super Entwicklung. Und da sehen wir auch, dass diese Gross Margin hier nach oben geht. Und auch bei der Profit Margin liegen wir bei fast 25 Prozent. Wenn wir uns das Ganze mal auf dem Jahr anschauen, also es ist sehr beeindruckend, hier der Free Cashflow fast 7 Milliarden. Und für 2024 hat das Unternehmen angekündigt, mit 6 Milliarden Cashflows zu rechnen, obwohl weiter stark in Content investiert wird. Netflix hat einen großen D- und Sportbereich gehabt. Da ist ja dieser große Boxkampf mit Mike Tyson im Sommer. Und die haben sie auch die WWE-Rechte, also von der Wrestling-Liga geschnappt, die ab nächstem Jahr eine große Rolle spielen werden. Das war, glaube ich, ein 10-Milliarden-Deal. Das war, glaube ich, ein 5-Milliarden-Deal für 10 Jahre oder so. Aber ich glaube, das wird der Plattform zugutekommen. So, und nach den Ergebnissen, was ist dann passiert? Die Aktie ist nicht nach oben explodiert, sondern wir waren ja bei 6,10 Dollar. Und dann ging es 10 Prozent nach unten. Warum ist das so? Netflix hat angekündigt, in seinen Quartalsergebnissen das Abonnentenwachstum nicht mehr anzukündigen, sondern sich eher auf die Profitabilität und auf die reinen Umsatz- und Effizienzzahlen zu fokussieren, weil Netflix damit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Da gucken wir mal schnell in den Chart rein. Und zwar hatten wir ja hier diesen gewaltigen Ausverkauf im Jahre 2021. Da waren wir hier, ging es hier abwärts. Das war der normale Bärenmarkt, der da eingesetzt hat. Da waren wir hier bei fast 400 Dollar. Und dann ging es da noch mal massiv nach unten noch einmal fast 60 Prozent. Also insgesamt ging es in dem ganzen Zeitraum hier um 76 Prozent nach unten. Und das war damals so, weil Netflix eine negative Entwicklung bei den Abonnenten reportet hat. Und das war lächerlich. Das waren ein paar hunderttausend. Also es war nichts. Wir reden über, ich habe es ja eingangs erwähnt, 37 Millionen Neuabonnenten allein im letzten Jahr. Und da kam es zu diesem Abverkauf. Für uns als Langfrist-Aktionäre ist sowas natürlich super. Also wenn uns sowas passiert, dann müssen wir zugreifen. Und ich habe hier mal den Intrinsic Value gezeigt. Das heißt, das ist der Wert, den ich kalkuliere, ab dem die Aktie durchaus einen zweiten Blick in Richtung Kauf wäre. Ich bin selber Netflix investiert. Hier nur Anlage, hier keine Anlageempfehlung, nur Entertainment. Und das liegt bei 456 Dollar. Also hier ist alles noch overpriced. Da würde ich nicht kaufen, auch nicht nachkaufen an der Stelle. So, ich würde mich hier etwas beschäftigen, hier in diesem Bereich zwischen 453 und 405 Dollar. Hier könnte es dann interessant sein. Und Netflix möchte sozusagen diese Verkündung der Abonnentenzahlen auch rausnehmen, um diese Volatilität hier rauszunehmen, die der Aktie immer wieder passieren, wenn die Abonnentenzahl nicht so toll ist. Und am Ende erhöht der Netflix auch die Preise und kann damit natürlich auch solche Dinge immer wieder ausleichtern. Was Netflix definitiv gezeigt hat, das zeigen auch hier diese Cashflows. Das ist definitiv der Star am Markt, unangefochten. Ich glaube, dieses Rennen ist auch weitgehend entschieden. Denn diese Content-Bibliotheken Netflix, die aufgebaut hat über die Jahre, die wieder einzuholen, ist für Disney und Paramount so wie unmöglich. Denn die schauen wirtschaftlich deutlich schlechter aus als Netflix im Bereich Streaming. So, dann kommen wir zum zweiten Wert und zwar zu Alphabet Google. Und hier ging es andersrum. Das heißt, die haben die Ergebnisse verkündet und dann ging es gewaltig nach oben im Kurs. Warum war das so? Naja, die Ergebnisse waren absolut hervorragend. Wir haben beim Umsatz im letzten Quartal 80,47 Milliarden generiert, während es im Vorjahresquartal noch bei fast 70 Milliarden war. Also eine deutliche Steigerung, 15 Prozent. Wir haben hier beim Gewinn pro Aktie 1,89 Dollar, während wir beim Vorjahresquartal bei 1,17 Dollar sind. Also wirklich massiv. 1,17 auf 1,89. Das ist nochmal 61 Prozent nach oben. Bei den Cashflows, da ging es etwas nach unten. Das hat aber damit zu tun, dass Google auch sehr stark in seine Rechenzentren und in KI investiert. Das haben sie bei den Call auch nochmal betont. Da waren wir bei 16,84 Milliarden und im Vorjahresquartal lagen wir hier bei 17,22. Das ist etwas nach unten. Die Stock-Based-Compensation, das ist so ein bisschen immer das Sorgenkind von Google. Hier sehen wir nämlich diesen blauen Balken, dass er stetig steigt. Aber wir haben jetzt seit Mitte 2023, da lagen wir bei einer Stock-Based-Compensation von 5,77 Milliarden, geht das Ganze jetzt zurück. Und das sind auch diese Effizienzmaßnahmen, die Google angekündigt hat, um sozusagen auch den Shareholder-Value zu steigern. Okay, statt wir haben 108 Milliarden an Cash hier liegen. Beim Return on Capital Employees liegen wir bei 8,10. Also auch hervorragende Entwicklung. Bei der Gross-Margin, da geht es wieder nach oben, liegen wir jetzt bei 58,49. Und bei der Profit-Margin liegen wir bei 29,41. Also insgesamt hervorragende Gimse. Was die Achse oben gepusht war, alle haben sich Sorgen gemacht. Der Search-Bereich wird disruptiert von OpenAI und so weiter. Nichts davon zu sehen. Auch hier zweistellige Wachstumsraten. YouTube zweistellige Wachstumsraten. Für das Cloud-Geschäft ging es fast um 30 Prozent nach oben. Hier wurden auch die Ergebnisse deutlich verbessert im Cloud-Geschäft. Das allein hat auch 9,57 Milliarden zum Ergebnis beigetragen. Weiterhin wurde angekündigt, 70 Milliarden die Hand zu nehmen, Aktien zurückzukaufen und eine Dividende auszuschütten, die jetzt anfängt mit 20 Cent pro Quartal. Es ist ja immer so, wenn ein Unternehmen so viel Cash generiert. Guck mal hier, was da so auf jährlicher Ebene rumliegt. Also im Jahr, im letzten Jahr reden wir über eine Cash von 70 Milliarden. Das Geld muss ja irgendwo hin. Und wenn ich es nicht anlegen kann, profitabel. Ich habe als Unternehmen immer die Möglichkeit, ich könnte ja in mein Business investieren, ich könnte Dividenden ausschütten, ich könnte Aktien zurückkaufen oder ich könnte andere Unternehmen kaufen. Welche Optionen von den vier kommen für Google nicht mehr in Frage? Richtig, andere Unternehmen zu kaufen. Denn die Wettbewerbshüter in den USA sind gerade extrem fokussiert auf böses Big Tech, darf nicht mehr zukaufen. Und es sind auch eine linke Ideologie, die da existiert. Vielleicht ändert sich das mal nach der Wahl. Aber das ist gerade das Problem. Also was macht Google an der Stelle? Naja, die geben es jetzt zurück in Dividende, investieren ins Unternehmen durch Ausbau der AI-Kapazitäten und der Rechenzentren. Das ist das zukünftige Wachstum. Und die kaufen für 70 Milliarden eigene Aktien zurück. Für dich als Shareholder ein hervorragendes Signal, dass es Google endlich begriffen hat, den Shareholder mal in den Vordergrund zu stellen und nicht die Mitarbeiter, der in den Durchschnittsgehältern bei 400.000 Dollar liegen. Und wir haben da zum Teil bedenkliche Entwicklungen. Da gab es letztens einen Streik von 50 Mitarbeitern. Die haben sich da im Büro vom Chef eingeschlossen, haben demonstriert, weil Google einen Deal mit dem Militär von Israel macht und haben das pro Palästina und so weiter demonstriert, was auch sehr zeigt, wie die Kultur bei Google so mittlerweile angelegt ist. Ich finde das schon richtig krass. Die haben auch Live-Aufnahmen aus einem Büro von einem Chef eben gemacht. Und das ist ja ein Hochsicherheitstrakt, Google. Also sie sind auch sofort rausgeflogen. Und das ist eine bedenkliche Entwicklung. Wie gesagt, die verdienen alle sehr gutes Geld. Da ist sowas aus meiner Sicht überhaupt nicht nötig. Ja, und Sander Pichai, der CEO oder andere, kündigt, dass 2024 auch die Margen sich nochmal verbessern. Was für uns als Aktionäre ja auch eine hervorragende Entwicklung ist. Aber wie gesagt, all die gesagt haben, Doom in Gloom, Google geht unter durch OpenAI und was es da so gibt, kannst du vergessen, hat bisher nicht stattgefunden. So, jetzt fragst du dich natürlich, ob du bei Alphabet zugreifen kannst. Wie gesagt, keine Anlageberatung, nur Entertainment hier an der Stelle. Für mich liegt der intrinsische Wert bei der Alphabet-Aktie hier bei 187 Dollar. Wir sehen, dass die Aktie selbst mit der Explosion nach oben, das war ja nach dem Quartalszeilen, ging es da hier nach oben, das waren 15 Prozent. Es ist tatsächlich noch so, dass da immer noch ein Abstand ist. Wir haben jetzt, wenn ich mir den intrinsischen Wert mal nehme und wo die Aktien jetzt stehen, hätten wir immer noch eine Margin of Safety von 11 Prozent. Aus der Wart wäre diese Aktie durchaus noch nicht zu teuer. Ja, der nächste Stock, das ist Meta und die sind übelst abgewatscht worden. Also die haben auch ihre Ergebnisse verkündet und dann ging es gleich mal hier fast 19 Prozent in den Keller. Meiner Meinung nach waren die Ergebnisse absolut hervorragend. Wir gucken uns das einfach mal an. Beim Umsatz 36,46 Milliarden. Vorher 28,65 Milliarden. Beim Gewinn pro Aktie 4,71 Dollar zu 2,20 Dollar. Also 114 Prozent mehr. Beim Cashflow 12,85 Milliarden zu 7,16 Milliarden. Also auch fast nochmal 80 Prozent obendrauf. Also alle Ergebnisse, die da gemeldet wurden, absolut hervorragend. Wir haben Return of Capital Employment 7,22. Wir haben eine Gross Margin von 81,84. Wir haben eine Profit Margin von 33,93 Prozent. Und trotzdem dieser starke Abverkauf. Und das lag an Mark Zuckerberg. Denn der hat in seiner Pressekonferenz, die nach den Earnings stattfindet, wieder das Metaverse angesprochen, die Hardware und so weiter. Und das ist etwas, wo die Wall Street sehr, 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 sehr sensibilisiert ist. Denn wir hatten das Problem, was wir hier bei den Cashflows sehen, dass Mark Zuckerberg ja sich hier in diesem Bereich, also alles hier im Bereich von 21 und 22 massiv in das Metaverse investiert hat. Also Dutzende von Milliarden sind da reingeflossen. Und das sehen wir hier, wie der Cashflow hier abgeflossen ist. Massiv hat er da investiert. Und nachdem die Aktie dann auch massiv abgestürzt ist, wir sehen das nochmal hier in einem längeren Zeitraum, das ist immer wichtig, Aktien auf längere Zeit. Das ist diese Metaverse-Geschichte. Die hat die Börse einfach nicht gotiert. Wir sehen es an den Cashflows und wir sehen es im Aktienkurs. Massiv abgestraft. Und hier hat er dann ausgegeben, dass er wieder auf Kapitaleffizienz, auf Share oder Value achtet. Und seitdem ist diese Aktie auf einen Wahnsinnspfad nach oben. Und ich glaube, dieser Abverkauf kam einfach zu Stande, weil eine nötige Korrektur bei fast 500% Wachstum vom Tief. Wir haben es hier nochmal. Wir waren hier bei einer Spitze 508% ging die Aktie nach oben innerhalb von bis was über einem Jahr. Dass das natürlich eine massive Gegenbewegung bedeutet, ist doch eben klar. Und da muss man doch nicht spekulieren, dass es jetzt nur die Geschichte ist. Er hat dieses Wort Metaverse in die Hand, in den Mund genommen. Und das war wieder der Grund, da abzuverkaufen. Aber ihr siehst es ja auch schon, der intrinsische Wert liegt hier, den ich hier mir setze, der liegt hier bei 501 Dollar. Und auch da liegen wir aktuell drunter. Das heißt, wir hätten hier auch eine Margin of Safety von 13%. Durchaus interessant, dieses Unternehmen. Ja, und der letzte im Bunde, das war Microsoft. Und Microsoft hat wie immer abgeliefert. Also die eigenen Schätzungen wurden übertroffen. Die Schätzungen der Analysten wurden übertroffen. Wir sehen es auch hier wieder. Umsatz 61,86 Milliarden. Unsere letzten zehn Jahre, das macht es vielleicht etwas einfacher. Also beim Umsatz 61,86 Milliarden. Vorjahresquartal 52,86. Hier nochmal eine 17-prozentige Steigerung. Wir haben hier beim Gewinn pro Aktie 2,94 verdient. Zum Vorjahresquartal 2,45 Dollar. Beim Cashflows haben wir 20,97 zu Vorjahresquartal 17,83. Auch hier 17-prozentige Steigerung. Und wir gucken uns mal an, die Stock-Based Compensation, das ist natürlich prozentual hier deutlich entspannter, als es bei Google ist. Hier reden wir von 10% oder so ein bisschen unter 10% Anteil vom gesamten Cashflow. Die hier an Stock-Based Compensation für Mitarbeiter herausgegeben werden. Das gefällt mir bei Microsoft besser als bei Google. Ja, wir haben auch wieder Aktienrückkäufe hier. Im kleinen Maße, aber die finden statt. Und das Returnal Capital Employed, da liegen wir bei 7,54%. Auch wieder eine hervorragende Entwicklung. Bei der Grossmargin hier bei 70,08 und bei der Profitmargin bei 35,47. Die Cloud wächst um 30%, trägt massiv zum Wachstum des Unternehmens bei. Und es ist schon beeindruckend, bei einem Unternehmen mit einer Market Cap von über 3 Billionen noch solche Wachstumsraten von 17% auf die Beine zu stellen. Also das spricht definitiv für das Management. So, und wir gucken uns einfach mal den Chart an. So, und da liegen wir, liegt der entrinsische Wert, den ich für mich definiere bei 295 Dollar. Wir sehen, dass wir hier deutlich drüber sind. Also die Aktie ist definitiv aus meiner Sicht kein Kauf. Auch hier bin ich investiert. Werden nicht nachkaufen. 35% ist das Spiel, aber da sind wir gerade zu teuer da. Wäre erst wieder Kaufenswert hier in diesem Bereich. Ja, und zum Schluss habe ich alles noch mal ein bisschen zusammengetragen in den Kernzahlen. Wenn wir uns mal anschauen, vom Kurswachstum in den letzten 10 Jahren ist mit 1.128 Netflix der absolute Spitzenreiter. Dann kommt Microsoft, dann kommt Google und Meta. Wir haben noch mal die einzelnen Kennzahlen, die ich dir gerade gesagt habe. Und ich will mal hier noch ein bisschen auf dieses Return and Capital Employee, das ist auf ganzer Jahresebene hier hinweisend. Das ist für mich eine wichtige Metrik. Und hier ist es tatsächlich so, dass Microsoft, der mit der höchsten Kapitaleffizienz ist, dann kommt Google, dann kommt Meta und dann kommt Netflix. Und das Free Cash Flow Yield ist für mich ein starker Indikator, ob ich jetzt kaufe oder nicht kaufe. Und je höher, umso günstiger wird das Unternehmen bewertet. Und da liegen Meta mit 4,52%. Und Google mit 3,33% am niedrigsten. Und das Vorwort KGV, also auf das aktuelle Geschäftsjahr, mit den Umsätzen, die die Analysten annehmen, da ist es so, dass Netflix mit 36,1% verdammt teuer ist und Microsoft mit fast 30% ebenfalls. Da ist Google und Microsoft mit am günstigsten. Hier noch mal der Intrinsic Value, also der intrinsische Wert im Dollar. Und hier ist es so, dass lediglich Google und Meta aktuell unter diesem intrinsischen Wert liegen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib gerne mal ein Like und ein Abo hier für den Kanal. Und ich habe hier noch mal ein Video verlinkt, wo ich mal 5 Dividenden-Raketen unter die Lupe genommen habe. Schalt einfach ein und bis dahin bin ich raus. Schalt einfach 눈ie aus.